Musik 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 Willkommen an der Copacabana, dem längsten Strand und Bohemian-Stadtteil von Rio de Janeiro. Musik Unser letzter Urlaubstag bricht an. Deshalb geht es früh raus, um den Tag an dem wohl berühmtesten Strand der Welt zu verbringen. Musik 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 Der Stadtteil Copacabana erlebte sein goldenes Zeitalter in den 20er, 30er und 40er Jahren. Die prachtvollen Hotelbauten entlang der Copacabana erinnern noch heute an die glorreichen Zeiten. Vor allem in den Sommermonaten bietet die Copacabana viele Freizeitaktivitäten. Musik 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 Aber auch heute ist der vier Kilometer lange Strand mit seiner Promenade noch immer ein beliebter Ort zum Sehen und Gesehenwerden. Wir hoffen, dass auch Ihnen unsere Rundreise durch Südamerika so gut gefallen hat wie uns. Freuen Sie sich auf weitere Reisevideos von MPT Reisen aus Peru und anderen Ländern. Bis zum nächsten Mal.